Wie spät ist es? Es wird gesprochen. 14.30 Uhr Aber wird geschrieben. So. 14.30 Uhr Es ist um eins. Es ist ein Uhr. Oder man kann sagen. Es ist dreizehn Uhr. Es ist halb drei. Es ist vierzehn Uhr dreißig. Es ist Viertel nach fünf. Oder man kann sagen. Es ist siebzehn Uhr fünfzehn. Man kann auch sagen. Fünfzehn Minuten nach fünf. Es ist Viertel vor sieben. Oder man kann sagen. Es ist achtzehn Uhr fünfundvierzig. Es ist zehn Minuten nach vier. Oder man kann sagen. Es ist sechzehn Uhr zehn. Es ist fünf Minuten vor neun. Oder man kann sagen. Es ist zwanzig Uhr fünfundfünfzig. Und jetzt nächste Frage. Ab wann bis wann ist es Vormittag? Und ab wann bis wann ist es Nachmittag? Von vier bis zehn Uhr ist es Morgen. Von zehn bis zwölf Uhr ist es Vormittag. Von zwölf bis fünfzehn Uhr ist es Mittag. Von fünfzehn bis achtzehn Uhr ist es Nachmittag. Von achtzehn bis vierundzwanzig Uhr ist es Abend. Von null bis vier Uhr ist es Nacht. Montagvormittag, das ist der Vormittag des Montags. Also Montag von neun bis zwölf Uhr. Es gibt auch Mittwochvormittag, Donnerstagvormittag, Freitagvormittag, Samstagvormittag und Sonntagvormittag. Montagmittag, das ist der Mittag des Montags. Also Montag um zwölf Uhr. Dienstagvormittag, das ist der Mittag des Dienstag. Also Dienstag um zwölf Uhr. Es gibt auch Mittwochvormittag, Donnerstagvormittag, Freitagvormittag, Samstagvormittag und Sonntagvormittag. Montagnachmittag, das ist der Nachmittag des Montags. Also Montag von zwölf bis achtzehn Uhr. Dienstagnachmittag, das ist der Nachmittag des Dienstags. Also Dienstag von zwölf Uhr. Es gibt auch Mittwochnachmittag, Donnerstagnachmittag, Freitagnachmittag, Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag. Montagabend, das ist der Abend des Montags. Also Montag 18 bis 24 Uhr. Dienstagabend, das ist der Abend des Dienstags. Also Dienstag 18 bis 24 Uhr. Es gibt auch Mittwochabend, Donnerstagabend, Freitagabend, Samstagabend und Sonntagabend.